Seit Beginn dieses Jahres hat die Corona-Pandemie uns fest im Griff. Und gerade erster Lockdown, zweiter Lockdown, die Wirtschaft stöhnt und ächzt und unsere Gesellschaft verändert sich durch diese ganze Krise. Und von so her müssen wir auch schauen, was tut sich hier. Und deswegen haben wir als Freie Wähler im Bayerischen Landtag einen kleinen runden Tisch eingeladen mit Spezialisten, die gesellschaftspolitisch, wissenschaftlich, philosophisch diesen Weg begleiten und mit denen wir in die Diskussion kommen, um zu hören, was ist in der Gesellschaft los, wie verändert sich unsere Gesellschaft. Denn gerade wir müssen heute schauen, wie wir unsere System der Demokratie, der freiheitlichen, liberalen Demokratie, die uns die Werte des Wohlstands und der Freiheit über Jahrzehnte geliefert hat, wie wir das System aufrechterhalten und dass wir auch den Leuten zeigen, die demokratischen Institutionen, sie funktionieren, sie arbeiten und sie leisten ihren Dienst in dieser Pandemie.